Laura Wontorra gönnt sich nach einem aufregenden Jahr eine Pause, und hat für ihre Auszeit ungewöhnliche Pläne. Laura Wontorra hat ein geschäftiges Jahr hinter sich. Die RTL als Wegwaffe stand gleich für mehrere Formate vor der Kamera, von Grill den Henssler über Ninja Warrior Germany und Deutschland sucht den Superstar bis hin zu ihrem Job als Moderatorin für den Streaming-Dienst der Sohn. Laura Wontorra gönnt sich eine Pause in der Antarktis, klar, dass der TV-Star bei so viel Arbeit auch mal eine Pause braucht, und die gönnt sich Laura Wontorra noch im Dezember. Punkt Während viele die Festtage traditionell im Kreise der Familie verbringen, hat sich der TV-Star für ein außergewöhnliches Abenteuer entschieden, sie verbringt Weihnachten und Silvester nicht in Deutschland, sondern in der Antarktis. Ja, richtig gehört. Während andere über die Feiertage in die Sonne fahren, um der Kälte zu entfliehen, zieht es Laura Wontorra in noch kältere Gefilde. Punkt Ich muss Weihnachten ein bisschen vorfeiern, weil ich dieses Jahr über Weihnachten und Silvester im Urlaub bin. Punkt Ich werde 21 Tage in der Antarktis auf dem Wasser unterwegs sein, ganz allein, nur mit mir. Ein bisschen Zeit für mich selbst, so die Moderatorin gegenüber Gala.Laura Wontorra erfüllt sich Lebenstraum ganz allein, die Zeit für sich will der Feenliebling nutzen, um die vergangenen Monate zu reflektieren. Punkt Es ist viel passiert dieses Jahr, deshalb freue ich mich sehr darauf. Da Laura Wontorra auf eine Begleitung verzichtet, scheint es nach der Trennung von Fußballer Simon Zoller bisher keinen neuen Mann in ihrem Leben zu geben. Kein Problem, denn die Solo aus Zeit im ewigen Eis scheint eh etwas zu sein, das sich Laura Wontorra ganz allein für sich eingeplant hat. Punkt Der Trip sei ein kleiner Lebenstraum für sie, erklärt sie im Interview. Da werden es ihre Liebsten ihr sicher verzeihen, dass sie die Feierlichkeiten in diesem Jahr sausen lassen muss. Punkt Der Trip sei ein kleiner Lebenstraum für sie, die es für sie, als 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 sie. als sie, als sie, als sie, als sie, als sie, als sie. als sie, 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 als sie. als sie, 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 Vielen Dank.